Der Verstand in seiner Vereinseitigung ist immer desaströs und er führt sicherlich immer in Paradoxa hinein. Man kommt immer in irgendwelche Grenzregionen. Das kann man ganz schnell abhandeln. Beispiel Unendlichkeit in Raum und Zeit. Man kann sagen, alle Argumente, die man in eine oder andere Richtung bringen kann, führen in eine Unsagbarkeit. Denn das lässt sich nicht denken. Und alle Fragen dieser Art führen letztlich sozusagen in einen Kreislauf des Paradoxen und in etwas, was nie zum Ende kommen kann. Das hat ja schon Kant in der Kritik der reinen Vernunft gezeigt, mit Recht auch, dass man das in beide Richtungen denken kann. Also das Endliche und das Unendliche. Und das kann man so nicht sozusagen rational ausdifferenzieren. Und das geht mit allen Dingen so. Ich meine, ich sage immer auch gerne als weiteres Beispiel, das Ich. Das Ich, da kann man jetzt viel darüber reden, was das Ich eigentlich ist und Ego und so weiter. Aber das Ich ist der Ruhe, ist erstmal das Einzelne, was das der Einzelne ja in der Tiefe darstellt. Ob das Ich nun ontologisch in der Tiefe existiert oder nicht, ist das gar nicht die Frage. Sondern da kommt man nie dahinter. Weil was immer man über das Ich sagt, das ist ja doch von Ich-bewussten Wesen ausgesprochen. Und auch alle Erfahrungen der Nicht-Dualität sind ja von bestimmten Ich-haften Wesen erst einmal gemacht worden. Das heißt also, man kommt aus bestimmten Zirkeln grundsätzlich nicht raus. Also die, dann muss man das überschreiten. Die, man kann natürlich sagen mit Lao Tse, Wei Wu Wei, dass das sozusagen das Nicht-Handeln, dass sozusagen das Tao handeln lassen und selber nicht handeln. Oder so handeln, dass das Tao sozusagen erfüllt wird. Ja, aber der Abendländer ist ja auch Aktionist. Der ist nicht nur Aktionär, das ist er auch. Aber er ist auch Aktionist. Er muss immer was tun. Er ist absolut aktionistisch. Und das ist ja auch eine Katastrophe. Das ist ja auch nicht normal. Dieses Aktionistische. Er muss immer im Außen, das Aktionistische ist ja außen. Immer außen, außen, außen. Und da kommt er nie zum Ende. Und da kann er auch, da können die Intellektuellen sozusagen Handstand machen oder Klimmzüge, auch wie immer. Sie werden bestimmte grundlegende Seinsfragen niemals intellektuell klären können oder zum Abschluss bringen können. Das ist unmöglich. Das ist das Ich, das ist letztlich die Geburt, das ist der Tod, das ist die Endlichkeit, das ist die Unendlichkeit. Die Menschen wissen doch gar nichts. Sie wissen doch nicht, was Licht ist. Sie wissen doch nicht, was der Raum ist. Der Raum ist ein ganz großes Rätsel. Selbst auch in der Mathematik und in der tieferen Philosophie. Der Raum, was ist der Raum, was ist die Zeit, der überall scheitert der Intellekt. Er kommt in Paradoxien hinein, kann es nie zum Ende bringen. Das heißt, wir leben in einer Welt, die letztlich rational vollkommen unverständlich ist. Wenn man dies alles denkt, dann kommt man, das ist unmöglich. Man muss das überschreiten, das Ganze. Der Verstand kommt in Sackgassen rein, in unsägliche Zusammenhänge, in Paradoxien und in absurde Dinge einfach. Das kann man nicht ausloten. Auch der Einzelne in seiner, bisschen, ja kann man sagen buddhistisch gesehen, der Einzelne in seiner Inkarnationsreihe. Wo hat das angefangen, wo hat das, der Buddha sagt, darüber musst du gar nicht nachdenken, weil es bringt dir gar nichts. Aber wo hat das angefangen? All diese Fragen, wie das und so weiter und so weiter, münden in Antworten, die nicht wirklich tragfähig sind. Aber es sei denn, man hat eine andere Ebene. Wenn man eine wirklich geistig-kosmische Ebene hat, dann zeigt sich das alles in einem anderen Licht. Das ist wie ein großes Kaleidoskop, was plötzlich schlagartig Dinge in einem ganz anderen Licht zeigt. Und dann muss man eine bestimmte Ebene überschreiten. Also ich glaube, irgendein Physiker hat auch mal gesagt, man kann die Dinge nicht auf der gleichen Ebene angehen. Man muss einen Ebenenwechsel vollziehen. Probleme, es gibt bestimmte Probleme, auch psychologisch. Wenn man auf einer bestimmten Ebene bleibt, kann man sie nicht lösen. Man muss eine andere Ebene ins Spiel bringen. Und dann sind sie vielleicht lösbar. Und diese andere Ebene ist im geistig-kosmischen dann auch tatsächlich eine ganz eigene Grundeinsicht, die dann Platz greifen muss. Und dann wären bestimmte Fragen dann gar nicht mehr so wichtig. Und sie sind dann in dieser Form auch sinnlos. Also, das ist dann einfach so. An sich sind sie nicht sinnlos. Also, an sich sind sie nicht sinnlos. Was ist der Raum? Was ist die Zeit? Was ist das Leben? Was ist der Tod? Das sind ja keine sinnlosen Fragen. Das sind wunderbare Fragen. Wichtige Fragen. Aber wenn man sie rational durchbuchstabiert, führt es in den Irrsinn. Das kann man nicht. Da kommt man nie zum Ende. Da kann man immer wieder neu, sophistisch ausdifferenzieren. Aber man hat nichts gewonnen dadurch. Das ist ja nicht möglich.